Am Deadline Day tut sich auch noch was in der Steiermark, wie bereits seit längerem vermutet, wechselt es K-Sturm Graz-Stürmer Fabian Schubert nach Hartberg. Das verkündet Sturm auf Twitter. Der Vertrag des 23-Jährigen, der im Juli 2017 von der SV Ried nach Graz wechselte, wäre bei Sturm noch bis Sommer 2019 gelaufen. In der Bundesliga-Mannschaft der Steierer spielt Schubert zwar keine Rolle, für die Regionalliga-Truppe des SK Sturm traf er jedoch in 20 Spielen zwölfmal. Für die Kampfmannschaft kam Schubert zehnmal zum Einsatz zwei Tore. Mit Emeka Eze, Philipp Hosiner und Markus Pink ist die Konkurrenz jedoch zu groß. Österreichische Bundesliga, die Partien des Sex. Spieltagsdatum Heimannschaft Auswehrsmannschaft Ergebnis A. 1. September 2018 FK Austria Wienz-Mattersburg A. 1. September 2018 Cashpoint SCR Alt-Achsten St. Pölten A. 1. September 2018 FK Wackersburgs V Hartberg So. 2. September 2018 FK Red Bull Salzburg Admirer So. 2. September 2018 SK Sturm Graz Krapi Twin So. 2. September 2018 LAS KRZ Pellet ZWRC Werbung Werbung 2. September 2018 LAS KRZ Pellet-Gitzen Sturm Graz Krapi Twin So. 2. September 2018 FK Red Bull Salzburg Admirer So. 2. September 2018 LAS KRZ Pellet ZWRC Werbung